In diesem Video lernen Sie Datenmodellierung und Historisierung kennen. Zuerst zum Begriff Historisierung. Bei der Historisierung wird das Datenmodell einer Datenbank so angepasst, dass historische Daten per Programm aufgerufen werden können. Die Daten werden in der Datenbank gespeichert. Es ist aber keine Backup-Lösung. Ein kleines Beispiel. Wir haben eine Tabelle Mitarbeiter. Hier das Relationenmodell dazu mit einem Primärschlüssel Mitarbeiter-ID sowie den Attributen Nachname, Vorname und Lohn. Das Beispiel geht nun wie folgt. Die älteren Zuhörer kennen das noch. Es nennt sich Lohnerhöhung. Und zwar soll Tester Vreni anstatt 8.000 Franken bei 1.7.2017 9.000 Franken bekommen. Der alte Lohn ist nun nicht mehr bekannt. Ende Jahr würde ein falscher Lohnbescheid erschellt werden. Dies dadurch, dass ich den Lohn überschrieben habe. Per Datenmodellierung kann ich das wie folgt gewerkstelligen. Ich erstelle eine Tabelle Lohn und setze Mitarbeiter und Lohn in eine Beziehung. Und zwar so, dass ein Mitarbeiter auch mehrere Löhne haben kann. Das Relationenmodell Lohn sieht nun wie folgt aus. Ich erstelle eine Primäridentifikation, eine Lohn-ID. Ich habe hier einen Fremdschlüssel, welchen er auf die Mitarbeiter-Tabelle zeigt. Das heisst, ich brauche den Mitarbeiter-ID als Fremdschlüssel. Ich brauche ein Datumselement oder hier als Beispiel 2 von und bis. Und der Lohn von oben wird unten in die Lohntabelle eingefügt. Ich kann nun den Lohn von Freni Tester wie folgt einfügen. Mitarbeiter-ID 2 hat vom 01.01.2017 bis 30.06.2017 einen Lohn von 8.000. Auch Mitarbeiter 2 hat vom 01.07.2017 bis momentan noch unbekannt einen Lohn von 9.000. Ich sehe nun also eine Historisierung, wann welcher Lohn bezahlt wurde. Zur Funktion. Ich kann aufgrund dieser Informationen einen Lohnbescheid 2017 ausstellen. Und zwar vom 01.01.2017 bis 30.06.2017, also 6 mal 8.000, 48.000. Und vom 01.07.2017 bis 30.06.2017 nochmals 6 mal 9.000 gibt 54.000, ein Total von 102.000. Dies erreiche ich aufgrund der Historisierung in der Tabelle. Hier noch die Zusammenfassung. Für sie, wenn Sie wieder aufstehen lassen können. Aber das ist Ihnen wieder in der Tabelle. Die Version hatte die Verk attaches.